Ja, ich war auch eins von diesen Kindern und hatte immer diesen Traum, irgendwas mit Fliegen zu machen, Modellflugzeuge basteln, mit dem Vater auf Flugshows gehen und sowas. Und für viele bleibt es ein Traum und wäre es wahrscheinlich für mich auch. Und dann gab es halt 1987, glaube ich, gab es diesen Film im Kino, den mit den sechs Buchstaben, den man Top Gun nennt, den habe ich auch mir angeschaut und sagte, das ist ziemlich cool, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ja, dann probiert man das und dann geht es immer einen Schritt weiter und am Ende hat es funktioniert. Und warum, weiß ich nicht, aber es ist so gewesen. Ja, das war sicherlich ein Traum. Ich kann mir jetzt auch im Nachhinein eigentlich keinen besseren Beruf vorstellen, den ich da für 23 Jahre gemacht habe. Jetzt gibt es neue Träume. Ich glaube, der Traum, der für jeden am wichtigsten ist, ist erstmal gesund zu bleiben. Das ist erstmal die Hauptsache. Mit der Tiroler Sparkasse nehmen Träume Fahrt auf. Platziere auch du deinen Traum auf einem unserer Busse und gewinne dabei eines von drei VVT-Jahrestickets. Jetzt mitmachen auf www.glaubandich.tirol